Warum warnt einen keiner vor den echten Gefahren der Elektromobilität? Um meinen Verbrenner zu schonen, habe ich mir im letzten Jahr ein Elektromotorrad als Zweitmopede zugelegt. Ein E-Motorrad. Und jetzt? Ein Jahr später. Jetzt schaue ich auf den Tacho und stelle fest, ich bin keine 50 Kilometer gefahren. Genau 37. Und mit der E-Mopede? 19.000. Es kommt, was kommen muss. Mein armes Tigerchen. Der Tiger wird verkauft. Steht schon bei Mobile. Die ersten Interessenten haben sich bereits angekündigt, dann geht er weg. Und warum das alles? Weil E-Fahren einfach mehr Spaß macht. Deshalb habe ich nur eine Frage.